Ja! Was reibt komplett? Einer spammt besser als ich. Bet? You wanna bet? Alter, ich spamm so hart! Das passiert hier nichts! Hallo! Nein! Ja! Du dreckiger! Du wie! Hi, Mr. Freddy's! 5, 9, 10, Fred! Ah, okay! Ich gucke, wie er aussieht! Harry Potter! Okay! Ja! Ich hätte das niemals nicht lustig finden. Mit wem? Ich würde sagen, wir nehmen Wario. Oh! Aber Wario sagt so ein Mist! Machen wir ihn auf Hard? Oder machen wir ihn auf Normal? Nee, wir schon auf Hard. Oh! Jetzt wird's ein richtiger Horror gegen ihn! Oh Gott, Alter, ich hab mich schon erschrocken, weil der Horror stand! Ja! Ist das das Passwort? Das ist ein Buh! Der wollte mich um! Okay! Coinbank! Horrorland! Umarmen mich, Max! Jaha! Willkommen bei Hogwarts! Aber jetzt ist es nachts, also sind hier überall böse Monster! Das hier ist Voldemort, den müsst ihr umbringen! Und jetzt zeig ich euch, wo ich den Sternen versteck! Ja! 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 Oh, ne! Irgendwo am Arsch der Welt! Viel Glück! Und da wollt ihr nicht hingehen! Auch wenn da ein Buhu ist! Der bringt euch um! Übrigens, oben rechts auf der Karte, gibt's so einen Mega-Buhu, der ist nur nachts da. Und da muss man mit nem Schlüssel hin und dann kann man irgendwie für 100 Münzen von jedem einen Stern klauen. Warte! Oh, Leute! Der ist da! Ja! Da musst du mit nem Schlüssel durch und es muss nachts sein! Warte! Warte! Das ist übrigens verwirrend, das Brett! Okay, ich kann im Kreis rennen! Ich kann... Warte, der Stern ist ja gar nicht mehr so weit weg! Ja! Na gut, kommt drauf an, was ich jetzt würfel, ne? Ja! Fällt mir gut an! Unfassbar schnell unterwegs! Unfassbar! Aber dieses Brett ist irgendwie so ein bisschen die Vorstufe zu dem Tag-Nacht-System von Mario Party 6! Ja? Ja, weil hier sind's drei Tunden... Drei... Ne, drei Tunden! Drei Runden Tag und dann drei Runden Nacht, glaub ich! Und bei Nacht passieren dann andere Dinge! Ja, ist aber das Gleiche dann! Ja! Ich find das Bugshot von Mario irgendwie lustig! Ich find das übrigens total assi! Das hier einfach! Direkt am Anfang ne Bank ist! Ja! Hat wieder's Geld, Alter! Wow! Ihr seid ja wahnsinnig schnell unterwegs! Ey, wir haben mehr Geld als ihr! Was wollt ihr? Der... Oster Cooper, Kekoda... Totem-Stympfer! Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö! Gare, ich hatte Input-Lag! man braucht so lange um wieder aufzustehen woher ja ja junge ich hatte am anfang halt verkackt so ab in die bank aber ich hab doch ja ich gehe jetzt einfach mal davon aus ich genug geld haben wäre ein problem damit so ein mensch so ein schein wario nein ich muss mindestens 1 3 3 4 5 wir finden 10 da ist der steinblock der wird dann weg gehen und wenn man dann durch will muss man einfach 10 bezahlen das geht auch scheiße hast du geld nein aber den stern kann ich mir wahrscheinlich abschminken ich weiß nicht mal wie der so eine kunde diese hoche maria sequenz it's one of those days ach ne nicht google chaos warte ist das was ich denke was das ist ja es ist draw the game ich vermisse das wo man einfach hier auf diesem menü schon sich bewegen kann das ist eine neue europa sein kann ja direkt eine demo spielen das ist das alter das wird doch zu nichts ach joge come on ja Das hast du schon so oft jetzt gesagt, Mützi. Ja, aber es ist doch immer noch ein Punkt. So bringt das halt nix. Weil so kannst du keinen Speed aufbauen. Alter, jetzt gewinnt er noch. Dabei kann ich nicht weiter die App zu locken. Mike? Alter. Alter. Alter, eine Sekunde. Hey, das ist nicht dein Ernst. Jetzt hat Vario genug Geld für den Stern und würden sich wahrscheinlich holen. Äh, nicht mehr. Oh, verdammt. Oh, das ist aber auch gut. Ach, bei Nacht ist der versteinert. Kann man den nicht bezahlen? Nur am Tag. Wenn es jetzt noch Tag gewesen wäre, wäre er hinter dich gegangen und hätte Vario bezahlen müssen. Womp kann sich bei Nacht nicht bewegen. Womp. Womp. Ah, sorry Bitch, kein Stern. Dann wird der erste Stern wohl an Vario gehen. Ja, ich... Was treibt komplett, Alter. Äh... Boah, Mario, du bist so cool. Gib mir mein ganzes Geld hier an Stern. Ist in der großen Stupsnase. Yeah! Erster Protok vorbei. Der Zweiter befindet sich hier drüben. Ich hatte alle den falschen Weg gegangen für den. Opfer. Mark hat noch ne Chance. Ich wollte noch eine Stimme abdrucken. Ach, ein Blitzi. Du kriegst jetzt ganz viel gern abgezockt. Nö. Ich kann doch noch links gehen. Das... Achso. Oh, da hast du Glück. Ich dachte, wäre schon drüber. Ja, wirf mal ne Vier und geh da nach links. Okay, und dann muss der Spacken da weg. Ja, bist du jetzt ein bisschen gef... Warum sind da links so zwei Frames von der Animation? Alter! Ja! 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 Geiler! Ey, jetzt ist mir mein Müll einfach noch runtergefallen. Ich speichere, ich speichere mich. Alter, das ist so lächerlich. Komm, ey. Alter, HALZMAUL! Das habe ich natürlich gewusst, dass dieser Block sich da befindet. Das habe ich berechnet und bin Absicht dann nach rechts gekommen. HALZMAUL! Bitte. Ne, ich will nicht mehr. Ja, guter Anfang würde ich mal sagen. HALZMAUL! 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 Das ist einfach die erste Party sein, die ich gewinne. Ich sag's mal so, ne? Wenn Toad am Ende sagen wird, die letzten paar Runden nachher, Übrigens wird sie mitgewinnen. Ich hab's jetzt schon gecallt. Das Spiel fängt jetzt schon an bei dir um. Was ist denn? Oh, nicht das. B-beschleunigen. B-beschleunigen. ÄH. Niemand hat gesagt, dass ich bringen muss? Doch, habt ihr. Ja, wow. HÄH, ALTER! WTF! Nein, der Booth, der bringt mich um! Nein, der Booth! HÄH, ich hab's doch so gespammt wie nur möglich! Ich kann die so spielen einfach auch nicht. Marc ist einfach tot. Er wird K.O. geschlagen von Mario. Das ist einfach Garrys Mod. Ihr wisst, wie das gerade so aussieht, als hätte Mario einfach Mario K.O. geschlagen. Oh! Zwei. Oh. Fragetechnenstern, let's go! Ja und jetzt ist natürlich der Leckensdor am Arsch. Stimmt, das ist ja... Oh nein. Andererseits, ich habe meinen Schnellen umsonst bekommen. Ja und jetzt ist natürlich der Buhu weg. Danke, Mike. Oh nein. Oh nein. Was passiert denn jetzt? Duell. Ja, Geld, ich brauch das. Auch ein We-Life bitte. Spenden. Ja, 10 Euro. Magst du gegner 9? Ich hab mit Schnellen nichts. Max, jetzt hast du nichts, nichts. Grabeltüte. Oh, ich hasse dieses Drecksgegen. Nein, sag mir nicht, dass... Nein. Oh, ich hasse das. Nein. Was war nochmal? B wiederholt. Ja, B spaben und A springen und Alter, ich hasse das. Oh, ich hasse das auch. Ich hasse dieses Drecksgegen. Ich hasse, ich hasse. Wario mitgewinnen, Wario mitgewinnen. Ja, natürlich geht er direkt auf mich. Ich geh auf Wario, hallo. Ja, na klar hast du den goldenen. Nein, nein, nein. Nein, dieser... Lass auf Wario gehen, lass auf ihn. Lass auch auf Wario. Guck, ich hab auch, ich hab ihn. Let's go. Nein, hallo. Ja. Nein. Nein. Du hast ein bisschen die Größe. Oh, das zählt nicht mehr. Hä? Yes. Jetzt hab ich 5, ja. Uhuhu, ich hab doch niemanden getroffen, ey. Toll. Ich hab 3 Cent verloren. Ne. Du hast 13 bekommen, oder? Nein. Ach ne, 7. Natürlich. Ach, Max. Na, Hallöchen. Jetzt klauen wir Mario den Stern. Jetzt werde ich erstmal schön 10 Münzen von jedem klauen. Das Minispiel gerade hatte keinen Unterschied gemacht. Oh, alles gut. Ich hab nicht mal 10 Münzen. Also, gib her, Max. Besitze ich genug Münzen? Na, hier. Aber wenn du 0 hast, dann schenkt er dir 10. Winke, winke. Hä? Hä? Okay. Himmelsfähigaste Pokémon-Attacke. Och, nein, nein, nein. Nein, das ist das mit der schlechten Steuerung. Nein, nein. Das ist das mit der schle... Nein, nein. Ich versuche aber mal mit der Kamera hier irgendwas zu finden. Und dann die Trollmusik auch noch. Ah, da links, links, links. Du musst A, Gas geben. Komm, komm. Junge, hier ist nichts. Ich sehe nichts. Guck mal bei mir, Alter. Was soll hier sein? Oh, ja, klar. Ja, ja. Komm, schieß doch. Hallo. Junge. Du Vollidiot, schieß. Schieß. Ich bin direkt davor. Ja, geht doch. Hallo? Kommt noch was? Ah, cooles Spiel. Ah, richtig cooles Minigame. Muss ich schon sagen. Boah, war richtig spannend. Zeichnen. Alter. Ich möchte meine... Ich möchte meine schöneste Lebenszeit wieder... Bitte. Oh, Mann. Eins. Ah, schade. Warum kann ich nicht drauf landen? Ich brauche das Geld. Ich brauche Onlyfans. Ich würde dafür... Alter verdient. Zwei. 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 Das ist nicht dein Ernst, Junge. Wir hatten gerade eben schon diesen Dreck. Dreck, 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 Dreck. Jetzt bestimmt Bowser ist Johnsteil und alle Münzen. Oh, alles gut, alles gut. Jo, geht. Ja, nein, jetzt läuft der weg. Der macht doch nichts. Alter, aber trotzdem. Erst kriegst du einen Fragezeichen-Vlog und dann haut Bowser noch ab. Also du cheatest. Der hackt doch. Da ist ein Booth. Ich glaube der Booth ist am Tag nicht aktiv, aber ich weiß es nicht. Das Ding ist, das bringt mir eben kein Geld. Tja, dann gibts jetzt ein Öl. Du hast nichts zu verlieren dort. Ja, eigentlich... Eigentlich verliere ich dabei nichts. Eigentlich kannst du damit nur Münzi jetzt schaden. Ja. Münzi. Münzi. Komm, Münzi. Lass mich ein Bonsen-Buddy sein. Ich möchte ein Bonsen-Buddy sein, Münzi. Exklusiver? Nein. Pilzbagger? Nicht mehr. Oh, ist das das mit dem Hungry Hippo? Ah, ja, ist es. Einfach nur A drücken. Ja, komm, wir haben verstanden los. Irgendwann, du denkst dir immer, Alter, der geht jetzt rein und der geht hier rein. Was bin ich überhaupt? Ach, ich hab den goldenen. Nein, der goldenen ist weg. Alter, die Steuerung ist so mies. Hallo, ich baue euch das einfach richtig gerade hin. Alter, Münzi. Das ist, das ist echt witzlos. Guck dir das an. Nein, 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 nein. Münzi Queen hat das alles einfach witzlos. Ich hatte bei mir drei goldenen oder so. Jeder einzelne. Also, okay. Zehn? Junge. Zehn? Also, wie? Ey, ich kann dazu nichts sagen, Mann. Oh, drei müssen verloren. Danke, Max, dass du mir zehn Euro geklaut hast. Wir sehen uns im Gericht. Ich hatte null, bitte. Ich hab drei jetzt. Was? Komm mal, ich hab die vorgesehen jetzt. Muss. Holz. Hacken. Kennt ihr die eine? Zeig mal die Steuerung. A. B. Äh, man muss es aber immer zusammen mit dem Timing machen irgendwie. Das ist auch noch mit einem Computer, Alter. A. B. Das ist auch noch mit dem Computer. Max, wir kriegen das hin. Immer wenn's... Hallo. Hallo. Muss abwechselnd drücken. Hallo. Ich hab Delay. Spam einfach den Knopf. Hä? Was passiert? Okay. Ja, ich hab gespand. Ja, dann wird man müde. Man darf sich nicht übertreiben. Ja. Ich bin eigentlich auf Deutsch auf Englisch. Auf Deutsch. Ja, auf Englisch. Manche Sachen sind auf Englisch. So Texturen. Ja, weiß ich nicht, Mann. Was macht der Typ da überhaupt? Der Glupsch. Du rollst hier durch. Ja, der schickt dich dann, der schickt dich dann da rüber. Nach hinten. Links. Ganz dahinten zu dem anderen Auge. Aber den musst du auch bezahlen glaub ich. Umwie zehn Münzen oder so. Ich hab kein Geld, Mann. Ich hab gar nichts. Ich hab keinen Para. Und das macht doch nicht satt. Du bleibst hungrig. Ja, so wie Vario. Der frisst doch burschstäblich Geld. Baaah. Jetzt fehlt mir allen an das eine Münze. Wer hat am meisten Geld von neu? Ja, ich natürlich! Du jaffst alle kein Geld. Oha, das hast du jetzt nur nicht bei Max geklaut, weil du nett sein wolltest. Ja, wieder Abwehr, das krieg ich mir schon mit 5 Münzen zurück und hab Plus-Minus-Null gemacht. 5 Münzen. Oha, alles! Hoho! Max? Ich hab dich extra verschont. Ich hab dich extra verschont. Ey, warum will ich, Jürgen? Ich hab gar nichts. Okay, spam. Hallo, ich spamm doch, Jürgen, ich hab nur 6 Münzen, ich hab doch... Nein, ich hab gewöhnt gemacht. Ich hab's doch nicht. I'm already dead. Warum, was hab ich dir getan? Ey, Max ist der zweite Imposter. Ja, alle gegen ihn. So, jetzt reicht's, Max, jetzt reicht's. Hinspucker. Hatten wir das nicht vorhin? Die Köpfe? Ah, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das Minigame. Das ist normal. Max? Du darfst nicht, nee, wir dürfen nicht in die gleiche Richtung schauen wie du. Ja. Musst du in die Richtung ausdenken und dann... Du kannst einfach gar nichts drücken. Dann sieht's einfach gerade aus. Ja. Alter, das müssen wir doch am Ende ändern, ganz so aus. Ich hab 5 Runden davon, Alter. Boah, das war knapp. Ich hab' nicht gehört. Ich hab' nicht gehört! Ich hab' nicht gehört. Ich hab' in einen Stellungsterfahrzeug. Ich nehm' nicht gehört, ich hab' nicht gehört. Ich hab' nicht gehört. Finländisch! Finländisch! Mario, Vario, Peach! Gewonnen! Oha, Yoshi ist einfach weg. Yoshi ist tot. Er ist die Klippe runtergestürzt. Die Committed Tax Fraud. Trap Fraud. Ja, hallo, wo ist meine Lampe? Könntest du dir die leisten? 10 Euro für den Pilz! Worth it! Schnauze! Halt's Maul! Die machen wir jetzt wieder wie du es, ne? Dragon Dog? Smosh! Achso. Willst du ein Item? Oh mein Gott, Asadi! Nein, Spaß! Was ist denn hier das Spiel? Oh, ne, ich glaub das ist Glück. Deswegen sind Items verborgen. Schnapp dir einen dieser Items, wenn du dich traust. Ja, drück mal rechts. Hä, ich drück rechts. Hä? Ich drück rechts. Markus, mach du mal. Ja, du musst auf dem D-Pad. D-Pad? Nein! Das ist nicht D-Pad, guck, das ist C-Pad. Das kann man auch. Es geht nicht. Ist, glaub ich, eh glück, das Spiel. Der körper trotzdem den Goldpilz. Hä? Oh, da muss man sich im letzten Frame alles merken. Öben rechts. Ja, das ist gar nicht immer so schwer. wenn du ein bestimmtes item brauchst ist nicht so schwer ich dachte es wäre glücksbasiert aber ist es nicht wo da oben ist der mega buch da kannst du auch theoretisch von allen münzen clown aber ich weiß nicht ob du es da noch hin schaffst von mir münzen clown landes auf fragezeichen dann wird es wieder tag nah ja also ich als frau fühle mich da nicht angesprochen ich weiß das war richtig haben wir gefolge drückt aber es hat einfach nicht funktioniert ja das weiß ich doch das war so dumm letztes war alle gleichzeitig gestorben also ausbären und dann hätten die richtung drehen wo halt kein hindernis ist ich glaube am anfang muss man das perfekt machen sonst stirbt man okay ich bin ganz rechts ja wie solche keine ahnung wie man sich die münze schnallen hallo ich hole mir kein geld ja hallo ja ist klar junge was will er von mir hast du man muss als erstes oben sein ja scheinbar das habe ich nicht gewusst stand das da vielleicht habe ich nicht gewusst alter zwei münzen was 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 spiele ich hier mario party 2 ach so ok danke ja toll stand zum sterben fünf münzen das war eh lang gehen der kostet zehn münzen glaube ich frage ich mal nach jo kumpel wie viel kostest du nach fünf ok aber mario party 21 einfach 10 stimmt ob ich habe kein geld alter außer ich will vielleicht mehr er auch nicht was dann aufgegeben der hat eh kein geld oh schade hätte auch gleich normal würfeln können oh nein schade ist einmal gut aus für mich du was das für ein peach icon aber so pinke haare widerlicher ekelhafter was sollst du sagen witzig war ich mein eigentlich lieb von dir so ehre und gibt es jetzt küschen aus nüssen oder das ist so ein mist muss ja doch nicht den bugle zahlen alle gegen den fans ist das das mit den pülsen ja dann musst du einfach auf die richtige da wo die steuerung kacke ist naja warum praktisch wenn ich will ich will immer ich will es wird ich denke jetzt immer so um die steuerung noch mal zu sehen muss ich eher drücken aber du musst auf rechts springen ich komme das ist das stick ich mache mir den rechten stick ja ach so ich dachte immer die nee das ist ja kamera ach dunkelblau ich bin schon hellblau hingerannt aber kann ich nicht punchen schade ja okay ja meine farbe alter richtig top gemacht hast du das wie ein profi boah wie das geslider ist einfach krass heftig das dauert mir zu lange das spiel komm ich will aufgeben kann ich aufgeben hier toll ist mein geld hier kommen gehe aber warum ich noch mal chance treiben aber chance treiben komm schon nein es passen will er immer bei mir das immer auf meinem feld er steht halt auf sich so ein mist ich bin aber die dekoration hier schön da kann sich ja ich finde eigentlich ziemlich schnell oder die steuerung ich hab's ich hab's wie kann es da so krass sein ja ich check das nicht ich orientiere mich halt sehr schnell ich finde das lustig habe mir keinen einzigen stern gekauft den ersten habe ich durch den versteckten block gekriegt und den zweiten durch chance teilen wo ich nicht mal dran war mag es denn los das spiel ist so hart am lutschen bei mir alter ich dachte schon ich dachte schon ey das wäre jetzt jetzt noch gewesen 45 münzen drin dann wären wir bei der kragen geplatzt du magst du musst dich mal lauter machen du musst lauter sein das ist auch das kann ich auch gut ach komm ist ja leise mark du kannst aber meine taktik machen du legst deinen mittelfinger legst du auf a und deinen zeigefinger auf b und dann zitterst du mach das mal das mach ich immer ich versuch's also a und b gleichzeitig ja alter wie der art ist nützlich aaaaaaah ey du hast gewonnen ich hab ganz kurz den knopf nicht getroffen glaube ich ich bin auch zweimal kurz abgekommen glaube ich das habe ich nicht niemals tschau 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 ja siehste habe ich doch gesagt guck weil ich einmal kurz abgekommen bin vom knopf aber leider nicht den rekord geknackt habe ich letztes mal besser das ist einfach eine sehr komische partie ich weiß auch nicht selber eine one-man-show hier ja wo soll ich hin keine ahnung man sagt du es mir okay und da dreigen gar nichts für mich noch einmal normal gute entscheidung gute entscheidung schlechte kommt alle verlieren geld alle verlieren geld alle verdienen geld 40 münzen das schmeckt danke mit sie du bist auf pause gelandet hallo das erwartet keine ahnung dass sie mit 20 münzen abzieht und das war es also bei dem team gearbeitet zusammen der große knall das haben die bei mir wird auch gesagt das mag ich das kann ich auch online überhaupt nicht teilen weiter mit sich sorry aber du kannst dich nicht auf mich verlassen ja oder uns aber die zeiger unten helfen bisschen und die kamera verwirrt und diese pumpen anzeige diese noch links und rechts schwenkt die hilft ein mini spiel da hab ich jetzt voll bock drauf 2 wenn irgendwer die bank hat ja wer auf der bank landet ist einfach der der den stern bekommt ist einfach ein stern da drin das ganze geld formt sich so langsam so eine sternform zusammen deshalb muss ich dagegen wirken und nein 1 1 1 1 wie alt bist du sicher darf ich mal kurz eine lizenz sehen ja komm vorbei ok ich komme vorbei wenn du schon einmal warum ist der ketchup das blut über das blut mache wenn du das hört alter da bin ich gerade vorbei gegangen das ist das erste mal das jetzt wirklich gut läuft 1 2 3 4 5 6 7 8 ich bin Mario Party 1 halt nicht so schlecht wie ich dachte aber Mario Party 2 ist halt so viel besser einfach wegen den items ich mag die abwechslung mal ohne items zu spielen weiß ja ok ich bin lustig hehehe max ist lustig ja doch dass du kommst auf Bowser oder was tja max nächste runde kannst du schon bei Bowser landen keine sorge 3 zu 0 und es wird gleich wahrscheinlich ein 4 zu 0 ich will nicht mit dem com spielen ja mit dem richten stick können wir auch also am anfang aus beim und dann junge ich muss mit dem bot spielen lenken und nach vorne um schneller zu fahren und zurück um abzubremsen und nach vorne halten nach hinten halten um zu bremsen da cool und das ist ja das ist ja echt flotter nein ich finde es gut das wahre gar nichts macht ich muss einfach alles steuern ich gegen euch beide schade schade verpasst das jedes mal was wollt ihr alter hallo beim autofahren dürfte nicht so drängeln wer hat euch den führerschein bitte gegeben ja kein auto hier ja jetzt auch gesagt weil der schrottkarre ja denkst du dir was was denke ich mir her ist dass du uns drunter drängen kannst du ja denke ich auch alter ihr blockiert meine kamera das dürft ihr nicht das ist cheating hallo ist jetzt mal vorbei hallo hallo war ja einfach gar nichts gemacht ich hab mir von copy gecarried warum machst du ah heigau max muss jetzt nicht sein zweiter hallo was geht ab ich habe einen zorn über dich geschrieben ich möchte den stern haben egal so mit sie ist geld ja ich bezahle ich baue das nächste mal die stern bei mir aber weißt du wirst was geil ist ich landet aufs duell und hab nichts mehr zu verlieren mit sie ja du wirst noch was verlieren glaubt mir du wirst noch was verlieren meine jungfräulichkeit also ja du hast gefragt also nicht weil es eigentlich ein stern so luther jetzt drei du hast vier sterne ja alter ich dachte jetzt drei ist auch gut ach man eine münze hätte gefehlt mit sie eine münze was soll das ja du bist einfach nur ein teilnehmer nehmen und dann habt ihr ja dann viel glück man muss einfach nur glück einfach nur glücksspiel bei nintendo erster verklagen euch am anfang ja der buch natürlich doch mal kommt kommen wo los 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 mit astbern ist einfach nur zuschauen okay ich werde zehn euro das buch wird okay kommt und stellt sich ganz okay an also wo es richtig gut Alter, ich bin letzter. Let's go. Oh, Foto-Finish. Oh, Foto-Finish. Boah, Alter, richtig krass. Ich bin einfach letzter. Jungs, diese drei FPS. Minecraft damals war auf meinem alten Pizze. Gibt es noch? Wie viel hat Mike jetzt? Oh. Boah, das schmeckt aber. 70 Münzen oder so müsste ich jetzt haben. Also ich hatte mal irgendwas mit 90. Ah, 60. Achso, Bau soll ich mir ja Geld weggenommen. Das war ja was. Ja, so kann man den Schlüssel übrigens auch verbrauchen, wenn man dann einfach weggeht. Hux, das ist kein Buch. Die wechseln ja wirklich. Habe ich doch gesagt. Hä, warum halte ich mir nicht zu? Vielleicht kriegst du ja eine Geisterglocke. Oder eine Zauberlampe. Ich wollte meinen Sinn. Ja, warte, ich bin der Einzelspieler bei Elektroroll, oder? Ja, ich bin der Einzelspieler. Nein, warte, 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 war es auf hart. Er wird gewinnen. Ihr wisst es vom letzten Mal noch. Die hart CPUs, die können das einfach. Und die Musik ist geil. Jetzt komm, es geht runter, Alter. Runter, runter. Ja. Junge, das kann ich niemals gewinnen. Das ist Wario, Alter. Was soll ich machen? Du kannst es nicht gewinnen gegen den hart CPU. Das kann man nicht. Betrug. Ja, aber for real. Ja, es gibt ja alle Geld. Nur ich nicht. Ey, komm. Was will ich mir erzählen, Mann? Ja, hier noch mein Geld. Was weiß ich. Wie lange ist Lupsch noch da? Glaubt nur nachts. Ich weiß es nicht. Ja, aber ist nächste Runde noch nachts? Nö. Barschst du mich? Ja, guck da oben. Das sind Wolken. Also heißt es, nächste Runde wird Tag. Ist aber nicht deutlich erkennbar. Wenn der Mond da alleine ist, ist es erste Runde und bei Wolken ist es zweite. Da sind jetzt 70 Münzen drin, ne? Hush, Alter. Ja, wie gesagt, da ist der Münzstern drin, Mützi. Ja, der hat jetzt den Glupsch. Oh, er macht los. Ich werf mein Auge auf dich. Ja, den Stern hat er. Yeah. Ja, dem klau ich ihn dann. Wenn ich irgendwann mal in 20 Jahren zum großen Büro gekommen bin. Okay, danke, Max. Obwohl, ignorieren wir einfach mal, dass ich vier Sterne habe. Ja, echt so, Junge. Er geht nur auf mich. Ich weiß nicht, dass du das so gewonnen hast, bringt nichts. Hä, wieso? Wenn wir beide einen klauen? Dann lassen wir Vario einfach. Ich will nicht, dass Vario gewinnen. Ich will nicht, dass es um mich ist. Ja, jetzt, ob Vario gewinnt, ein Stern. Entspann dich mal. Noch mehr Geld. Du machen 70. Also, das würde ich ja gerne mal verdienen, so. Ja, vor allem da rechts ist eine Bank und dann am Anfang ist noch eine Bank. Was ist das für eine Scheiße? Ja, echt, so, die sind viel zueinander. Komm, Max, Duell. Du magst das so, Duelle so gerne. Boah, gegen Mike und dann All-In. Das müsstest du machen, Mützi. Du hast gerade kein Geld. Wieso, ich kann eh... Hä, ist das der Stern? Hä? Nee, aber Mike, ich kann dann eben nur 8 Münzen setzen. Das bringt mir das nichts. Aber du landest auf Pause an, ne? Ey, jetzt hat jeder einen Stern außer ich, ne? Oh, okay. Oh, da steht das Stern. Also, jetzt noch mal Geld aufteilen, wäre eigentlich nicht schlecht. Hä, wo ist das? Wo ist das? Literally. Mütze? Alter, das ist direkt neben dir. Ach, ich komm. Nein, da kommt er nicht lang, oder? Max, landest auf Pause. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Komm, teil Geld auf, oder so. Oha, nein. Baus ist große Chance. Baus ist große Chance. Baus ist große Chance. Baus ist große Chance. Wow. Tschüss. Oh, 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 oh. Ich dachte, ich hätte Klick mit einem Stern. Nö, wenn es so immer gelb ist, dann macht er nichts. Max, ich glaube, ich habe einen Stern. Oh, Mann. Ah, Münzen ist nicht cool. Hallo. Wir sind absäunen jetzt. Wieso von mir und ich? Wieso, wie, ja, Max, sand ab? Wir können auch, wenn wir uns gut anstellen. Ja, toll. Leute, wie tot einfach hinter so einem Stück Bargeld war. Ich habe nicht gesehen, was ich machen muss. In Richtung drehen. Ja, links und rechts den Stick bewegen. Damit änderst du, wie sich das alles hier runterfließen lässt. Guck. Yeah, einfach mal sofort den Münzsack abgegriffen. Komm, sei leise. Münzsack, Münzsack, nein. Alter, Max weiß, wie das geht. Nein, 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 Max, sag, guck. Komm, wo die drin? Ey, das ist so lächerlich. Ey, das Spiel, ey, Junge, ich bin letzter. Ich bin literally letzter in dieser Partie. Komm, ein Münzsack, ein Münzsack, bitte spielen. Bitte. Sechs. Das kann man sich nicht bestimmen. Junge, ich habe unterm Mindestlohn. Ey. Na, was beschwere ich mich? Ich habe 36 Münzen. Wo ist der, wo ist der Sterne? Ja, doch mal durch das Zoll hier durch, mit der Körbinende rollt. Na, ja, komm, warum nicht? Komm, warum nicht? Amen, amen, du Begrüßchen. Noch mal durch den Zoll durch. Und dann habe ich trotzdem genug. Danke, Max. Ach, komm, wir können noch ein... Oh, muh. Ich habe noch mal einen normalen Füll, es reicht schon. Passt. Mike geht auf Nummer unsicher. Hä? Wieso, da klappt doch nur 20. Äh, 5. Nee, ich meine wegen dem Pilz, als ich hier auch einen Goldpilz kaufen kann. Man, Nummer unsicher, oh Mann. Oh Mann. Ah, Bogo ist nicht da, shit. Mein erster Stern, kurz vor Ende. Juhu. Jippie. Ripp, der Münzstern. Pichis Hartes. Ja, den sollte ich eigentlich immer noch haben. Ich hatte irgendwas mit 90. Na, du, das ist fast 90. Alter, ganz am Anfang. Ich hatte 97 oder so. Alter, ich glaube, ich habe gerade eine Mücke gehört. Das ist dein Ernst. Wie ist die bitte reingekommen, Mann? Ich habe in Sektung gedacht. Das sind Magier, die können einfach durchfliegen, weißt du doch. Ja, die zacken halt gerne so. Lass sie doch. Nein, Spaß. Das dritte Mal für dich. Alter, Bauer. Komm, jetzt muss aber was Schlimmes passieren. Komm schon. Jetzt lass sie nicht nochmal wegrennen. Wehe. Große Chance. Große Chance. Alter, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Digga, Bauer, bist du verknallt? Ist jetzt dreimal geflohen. Er ist jetzt dreimal geflohen. Bauer, ey. Wir können gerne mal zusammen einen trinken. Das ist so witzlos. Wenn du mich magst, dann sagst. Ich hasse dieses Brett einfach nur wegen den Bullshit-Events. Jörge, wie... Jörge, wie möchte ich jetzt die Sterne geschenken? Ja, das war Mützi. Ich kriege den weiter nicht mehr. Ach, Marc, das hätte nicht einer eins mehr würfeln können. Bitte nicht, Handel. Was hast du eigentlich für ein Item? Hm, ich... Hat er hier einen Pilz? Oh, ich darf jetzt, oder? Darf ich jetzt? Kirmeskran. Kirmeskran? Nein! Nein! Wir müssen... Wir müssen A spammen, wenn er uns hat. Guck mal, wie Mario aussieht. Oh, du bist so eine richtig süße Puppe. Oh, ich bin... Ich bin cute. Ich bin ein Kinderspielzeug. Und es ist Uwucham. Ja. Yoshi ist ja ganz normal. Yoshi und Varya, da hat er keine Pupillen. Dazu ganz keinen Punkt Augen. Ja, erstmal den Yoshi. Spam, los, Spam, Spam. Spam, Max. Mehr, 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 mehr. Keiner Spam besser als ich. Ich, ich, Spam. Ich habe so eine Scheiße. Keiner Spam besser als ich. Bet? You wanna bet? Also, die hübsche Puppe kriegst du nicht. Komm. Ich höre mir noch mehr Zeit. Okay, mal ein bisschen daneben. Ja, 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 ja. Ja, bis ganz zurück. Ja, kriegst du kein Püppchen? Hä? Das sind Zeitschrimmungen hier. Schade. Nice. Hättest du wohl erstmal eine der anderen Uhren nehmen sollen. Ja, aber komm. Ja. Hätte ich ja gemacht, dann hätte ich noch 20 Sekunden. Leute, ihr wisst zwar alle, dass Bützi am entschieden ist, aber ich will jetzt nochmal wegkennen. Wer wird gewinnen? Ja, ist doch offensichtlich. Ja, ich denke, Wario. Was? Hä? Wieso ist es Wario? Hä? Der ist auch am Letzter. Der ist legit grad am Letzter. Hä? Der wird auf Chance Time und kriegt dann all meine Sterne. Ist hier irgendwo jetzt ein Buh aktiv? Was habe ich mit dem Itemfeld? Und wo was, was tanzen denn da oben? Hier. Weiß ich nicht, was das ist. Die tanzen irgendwas. Was? Doch, weil ich zeige es dir, die tanzen. Das stand doch vorhin. Wartet jetzt auch noch da? So, okay, das Auge ist immer da. Aber kostet... Nee, kostet immer 10, oder? Oder kostet es nur noch nur 5. Warte, ich glaube nachts kostet es nicht. Ich bin dann hier unten, ne? Ja. Bis dann da unten. Du musst ja direkt beim Stern. Ich hab das Geld. Schade, jetzt können wir nicht sehen, was wir tanzen. Egal. Wir tanzen in den Flossen oder so. Ja, loiroffel. Ja, nice. Da hab ich jetzt noch Mützi in den Stern... Ah, geht nicht. Alter, wenn du jetzt auf der Bank landest. Ey, wenn Max noch einen Stern von Mützi Cloud, dann... ...haben Max und ich beide noch eine Chance. Yeah. Oh, Junge, da war... Ah, nee, da war ich nicht gerade. Da bin ich gerade runtergelaufen. Ah, da könnte ich... Ah, mit einem Pils. Weiß nicht, ob ich da noch hinkomme mit dem Pils. Mützi, wir haben beide jetzt Kopf an Kopf rennen. Warte, wann nimmst du jetzt auf der Bank? Hä, nein. Was dachtest du denn? Ja, das eine ist eine Straße weiter oben. Jetzt hat es nur auf der Bank. Nee. Hier noch ein bisschen mehr Geld. Jetzt 75 drin, Alter. 80 sogar schon. Da und dann... Kannst du auch mit dem Glubsch fahren? Nee, dann krieg ich den Stern nicht. Ich weiß. Kannst du trotzdem mit dem Glubsch fahren? Außen rumlaufen. Genau, und dann noch mal zum vierten auf Bauer landen. Das ist ja ganz gut. Ja. Und dann noch mal Sternendiebstörl oder so'n Scheiß. Wenn du jetzt nur eins würfst, ne? Max nur für eine Eins. Du kannst ja nicht runter. Du hast ihn verpasst. Ja! Es war so... Ja! Wähle Mario aus, Max. Bitte. Ich bettel dich an. Wähle Mario. Bitte. Bitte wähle Mario. Wir müssen ihn... Okay. Äh. Und jetzt willst du Mario aus? Genau. Hä? Ja, danke. Danke. Mario, 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 Mario. Marco! Max, du bist doch arm, oder nicht? Na, ich hab' dir noch 15 Minuten. Achso, und du bist reich. Ja, danke, Max. Na, was ist denn schlecht? Das kann Max Heine Sternen mehr klauen. Süßes Teamwork von euch beiden. Jetzt kann Max Heine Sternen mehr klauen, ey. Max, warum machst du das? Teawork. Oh, ich hasse das. Ach, nicht das. Ach komm, halt das Maul. Doch, das. Shut up before I stab you. Ich möchte gerne die Erdbeere haben. Die war aber schon schlecht. Ich bin Geldgeil. Ich bin Geldgeil. Alter. Ja. Sorry, Witsi. Sorry, Witsi. Das dauert doch immer so lange. Du gehst zehn Sekunden, um was auszuwählen. Hier, bitte schon, Max. Kriegst du. Mal nur zwei, Max. Mal nur zwei. Mal nur zwei. Ich hab' dir die Münze geschenkt. Danke. Der Hei geht's wirklich nur um die Münzen. Mal nur zwei. Mal nur zwei. Mal nur zwei. Mal nur zwei. Danke, Max. Warte. Machen wir ein, zwei. Komm say leise da. Zwei, Mike. Bis zum scattered auch. sie ist vorbei ich hab gewonnen für sich hat es dafür sollte man mark einen stern ich möchte in den shop einbrechen und was klauen und brechen 85 ok jetzt ist die große frage fahr ich mit klub zum großen buch oder brauchst einen schlüssel dafür das aber auch ja dann wenn das so ist doch habe ich welches auf dem blaues feld lande habe ich und rate mal was passiert ich dann auf dem blaues feld max nächste runde wird schön geklaut mit sie halt dich fest naja ich hab ja noch den spielstern und den menschen leider ja die raubtruhe lohnt sich in diesem spiel überhaupt nicht oder es gibt so gar keine guten items in diesem spiel kann es halt nun sauberlampe geisterglocke ja aber time das war halt das musst du ja nicht so zufällig ausgewählt das meine ich gar nicht heim das mal dass du die raubküste genau dann chaos während er es noch nicht benutzt hat nein sagt mir jetzt nicht ja ich hab dir schon vorher weil du läufst nicht das ganze spiel lang rum mit der raubtruhe laber nicht das nur ein einziger sind platz das macht niemand wenn man sie in einem item spiel kriegt 69 nice max hat gewonnen aber es kann doch sein wenn man sie in einem item spiel bekommt na weiß ich jetzt nicht ja mach einfach mal ja es ist auch gut behalte ich mal bis einer von euch was gutes kauft alter 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 max hat den münzstern ja das ist gut dann hat den münzi nicht da hat den münzi nicht warum schon wieder dieses spiel man das gewinnt vario das gewinnt war ich muss jetzt noch ausgleichen ich muss jetzt spiele bekommen nicht gewinnen können das ist richtig gut danke wachs ich bin froh dass mütze sich hat alter ich späme so hart das passiert hier nicht warum bin ich so weit hinten das muss ich bin so hart ich kann und du musst dich ja dort vorne gedrückt halten oder sowas da tue ich doch hört ihr es nicht aber jeder sprung verlangsamt ein alt auch er hoffentlich hat ware den mini spielstern hat den beziehung ich mache zixi nein mag sie alte ich dann doch wohl auch nicht drauf egal das ist der jetzt meiner der gehört mir gebherr jetzt habe ich drei oder warum weil er gewonnen hat und da ist mein vierter warte ich bin voll gut für mich aus gerade also kein geld eigentlich war das voll gut durch so wenig gewürfelt habe ich habe kein geld ich denke gar nicht nach naja wenn du jetzt noch den mini spielstern bekommst dann hast du trotzdem gewonnen du hast mehr geld deshalb muss ich auch geld sparen welche nächstes mini spiel gewinne dann gebe ich sofort wieder alles aus also das ändert auch nix für dich das ist hier links noch auf keinen fall also auf keinen fall ich habe trotzdem nach rechts jetzt schade wegen dem buch aber das wurde das jetzt ist halt die überlegung also ich hätte es jetzt gesagt entweder klaus von einem der reichen säcke oder klaus von mir einfach weil ich es bin ich jetzt gemacht dann hättest du den stern auf keinen fall das war so klar dass das machen würde ist das war so der junge natürliche bist mein haupt kontra hinzielen er mag sie nicht du hast drei sterne macht er 130 münzen der kann die zwei sterne klauen wenn er zauber landen würde ja einfach nur einfach nur im richtigen moment a drücken ja mehr ist nicht steuerung ist komisch warum sind die blau man spricht so kurz einmal kann man gedrückt halten gedrückt halten nein ich habe nicht gezählt ich habe gedrückt du warst so lange in der luft du hast gedrückt gehalten hättest da kurzen sprung machen müssen woher soll ich denn wissen dass der keine ahnung wenn man schnell wird weiß ich nicht jetzt sieht es schlecht aus mit sie gewinnt das trotzdem noch stimmt du hast jetzt kein geld und das kann ich mir den stern holen schade will ich da drüben wahrscheinlich lande ich jetzt wieder auf bau sondern es passiert nix oder jetzt zieht dann mein geld ab oder guck mal das ding ist jetzt ich habe 13 münzen wenn ich rechts lang gehe verliegt drei münzen habe ich zehn wenn ich links gang gehe muss ich fünf zahlen ich habe auf dem blauen feld das heißt ich für ich verliere nur zwei münzen rechts wenn du rechts landes verlierst du sechs weil letzte fünf runden ja dann ist offensichtlich wo ich lange ja ich habe kein geld weiter durch mich sagen wo du keine münzen alter hast du jetzt wirklich gedacht da wäre ein stern drin doch sein können würde ich das wissen ja toll ich bin jetzt hätte ich gerade gebraucht jetzt hatten wir zehn vierten stern und max ist so weit weg von dem buch noch nicht okay jetzt max bitte klein wird stern max du musst bedenken er hat noch einen mini spielstern das hat er fünf nicht unbedingt war auch recht extrem gut ich glaube es nicht und merkte was auch gar nicht so schlecht findest du ich denke jetzt aber zwischen mir und varios ist sehr knapp bin ich ja gar nicht man gar nicht dass ich so gut war ich habe gar nicht geschaut weil er zu sterne ist sowieso nur noch zwei drei runden oder so alter nein ich habe nur 20 günstig und ich bin soweit wenn die spiele gewinnen nein wenn er nach oben geht dreht er sich im kreis nein klumpel doch dann kommt er doch rechts wieder raus klubsch aber der bringt einen doch bis ganz oben das bringt auch nichts wieso ganz unterstehen mike hat eh eine zauberlampe ich dachte mir die kosten 20 komm max gewinn aber wir sind im team komm max ich helfe jetzt mag ich lieber mal ein ich weiß nicht was das für ein manager ist irgendein geld mini spiel ist das ja junge mit sie hat auf jeden fall genug habe ich noch nie gespielt noch nie gespielt weiß auch nicht was das vorwärts bewegen runter rückwärts bewegen links rechts richtung das sind die beschreibung versucht mit dem erleden an eurem fahrzeug die münzen und die schad zuzugreifen und eurem team tresor zu befördern okay einfach in die richtung fahren das auf deine klauen haben und dann wieder zurück fahren die musik max hol den goldsack oh gott die steuerung oh gott oh gott hilfe jesus oh mein gott man kann die kiste mitnehmen max oh gott die steuerung das ist echt schlimm jünger hallo hallo wir haben alle gewonnen wir haben alle gewonnen markt hast du das problem an diesem minigame mitte hat einfach genug geld jetzt und das näher dran hat sich der kriegt jetzt sowieso den stern max bitte klauen noch mal mit sie den stern max bitte würfeln mit sie zu wenig niemand öffnet die tür wir werden das jetzt erfahren ja sag ich gar keinen sinn noch eigentlich macht gar keinen sinn das kann eh keiner mehr gewinnen was macht er jetzt hier kein geld mehr kein ständer was will der das verfahren so weißt schon dass das die letzte runde ist nee das checkt er nicht kämpfen wir jetzt ja also wenn der jetzt all in gestern stern 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 nein hier geht es nur um münzen also wenn der jetzt okay weil ich mich konzentrieren das irgend so ein gruppes minispiel jetzt Junge wegen 10 ach komm PILZEINTOPF kocht einen leckeren PILZEINTOPF in dem wir die richtigen Zutaten in den Topf werft das ist einfach wie MarioWare hier das alte R-Schnie-Mini-Spiel es gibt drei Sorten von Pilzen auf Gumbas Kommando müsst ihr die entsprechenden Pilze unverzüglich in den Topf geben drückt den A-Knopf für blau den B für grün und den Z-Trigger für grau also blau grün grau alter Junge wie schnell hallo das ist Betrug Malki hat schon zwei er hat schon drei Fehler gemacht oh er macht Fehler ah hat Fehler gemacht stimmt das recht habe ich doch gewonnen ich habe einen Fehler gemacht aber das müsste doch gleichen dann hat er sich nicht alles kriegt nein das ist nur die Anniation irgendwie wenn der jetzt all in gegangen wäre ne dann hättest du vielleicht noch den München ja warum macht er das nicht ey das ist so ein langweiler das stehe ich auch nicht so ich meine das letzte Runde so da kann man das schon mal machen ich mag aber Peaks gleich habe ich noch gar nicht gesagt diese Runde aber ich mag ihr Kleid ne das wars ja aber trotzdem noch Fragezeichenstern nein ich bin eh nur einmal drauf gelandet also Bowserstern hättest du ne dunne Max warum würfelst du dich nein Spaß ich gönn dir den du hast zu viel Geld das muss mal raus also ich hab das mal gesehen dass ein CPU die äh Zauberlampe eingesetzt hat obwohl er nicht genug Geld hatte das war so komisch in diesem Spiel ja oder weiß es nicht mehr auf jeden Fall in irgendeinem Mario Party halt ich weiß nicht mehr welches alter den kannst du noch kriegen na dann kriegt er nicht doch du würfelst ja noch Junge ob der so ne 20 würfelt hä der kriegt den niemals der muss doch außen rum nein doch klar nein doch Junge du musst einmal im Kreis rum guck achso ja ok gut den kriegt er niemals ne 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 nochmal Geld abzocken 99 Junge ey letzter Spiel Geld all in Geld all in Geld all in und dann krieg ich das ganze Geld dann krieg ich doch noch einen Münzstern Geld all in Bau uns das Münzpotpourri warte warte doch das gilt immer je nachdem wer irgendwann jemals die meisten Münzen hat war das ist glaube ich pro Mario Spiel immer anders Max was hast du für ein Minigame für uns Hingucker schon wieder hatten wir das nicht vorhin schon nein nicht dieser Scheiß ach das dann das ist geil komm jetzt ja okay Max du kriegst nur zweite Chance kriegst nur zweite Chance Max komm willst du nicht unser Geld Max willst du nicht unser Geld willst du kein Geld Alter Gott Junge ich hab ihr habt mehr Zeit zu reagieren als ich einfach Pfff ich bleib einfach stehen oh ich mag das Spiel ich find's super hallo hu hu nein oh egal alter das war knapp hätt mich fast bekommen jetzt musst du halt hoffen dass Wario nicht in die gleiche Richtung guckt wie du ja das ist nur noch auf Wario Wario was machst du Junge warum macht der das ich will das Spiel ich hasse so Leute wir wissen zwar alle das Witzige gewonnen hat aber hier nochmal die Bestätigung waaah ich will zum nichts weiter sagen die Münzen Peter zum meisten so Bonus nächster Wario ja wow das hättet jetzt rein gar nichts weil ich krieg gar keinen guck Yoshi hat dir wünscht den Macher gewonnen na LOL 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 oh mein Gott Leute Waldemann ist hier er bringt alle um komm schnell ihr wollt mir sagen Mike hat gewonnen ja Junge die Bäume oha schau da oh nein ah boh ich bin ein Geist ein Geist bist du okay oh nein Bowser ich bin der größte Bause-Mord boh ich dachte er hat ihn umgebracht oder so oh hä wer ist das denn hä was macht die denn hier Mario jetzt so ein Bild von jetzt so ein Bild von Mario einblenden ganz so in der Bearbeitung so ein Mario ja so yeah das ist so maximal oh mein Gott Macher hat lange Haare bekommen piep 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 ey das Max das nennt man Skill hallo ich verstehe halt einfach nicht wie das sein kann piep 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 dass ich in diesem Scheißspiel einfach nicht gewinnt habe komm Astern selbst wenn ich so viel Glück habe boh schluck boh boh Peter das hast du so doll verdient ey ich meine Mario Mario ist natürlich der Gewinner jetzt hu hu ey ich bin einfach nur froh mir ist es sowohl egal dass ich gewonnen habe ich bin nur froh dass Mütz nicht gewonnen hat weil Mützi wurde so gelutscht in dieser Party ich verstehe doch nicht warum Ware gewinnen soll ich will auch gar keinen Sinn ja das bin ich jetzt gespannt hier wegen den Münzen natürlich aber was war hier äh Spielmünzen boah hat er zwei Minispiele mehr gewonnen Josh hat das meiste Geld meiste Münzen war klar ich guck aber ich hatte 97 oh höre ich eine 2 alle anderen einmal ich wusste das gar nicht mehr 3 3 oh ja also ich bin ganz ehrlich auch wenn ich gewonnen habe die Party war sehr seltsam selbst wenn ich eigentlich nicht mehr verlieren kann ich habe es trotzdem ich finde es nur übelstlos ich gewonnen habe aber naja es gab bessere Partys ich habe gewonnen Mike sieht man doch achso ja achso ja stimmt hä warum ist doch Mario zweimal oder nein ich bin jetzt einfach da wo du bist ja 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 so keine Lust wenn es Mike gewinnt entweder Mike gewinnt oder ich gewinnt und wenn ich gewinnen habe ich wirklich Glück ja Among Us ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr